Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Die Offensive, die Medienoffensive ist gescheitert. Viele Leute sind gestorben. Aber die Kämpfer haben uns stärker gemacht. Es wird Zeit, dass wir diese Stärke nutzen, um Sinn irgendwann vernichten zu können. Simo hat etwas komisches angedeutet, dass er beim nächsten Treffen mit Yuna irgendetwas, dass er sich stürzen möchte. Robin meinte, dass Sinn nur gekommen ist, also Jack, der Vater von Silos, nur gekommen ist, damit wir sehen, die wahre Form, die wahre Gestalt von Sinn. Das wahre Wesen, das er nur tötet. Also es ist echt Wahnsinn, was hier heute abgegangen ist. Können wir hier runter gehen? Ah, das soll jetzt aber nicht so klingen. Oh, Blindschock. Okay. Es gibt hier aber noch etwas, was ich gerne mitnehmen möchte. Und zwar, wo ist es? War das hier? Das müsste eigentlich hier gewesen sein. Alles klar. Von den Soldaten davon haben wir nicht einmal die Hälfte überlebt. Eine ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die Bürgerwehr ist am Ende. Okay, anscheinend kann man dann dort noch nicht hier hin. Dann der Warmein. Dann gehen wir zur Truppe. Und sorgen dafür, dass unsere Reise weitergeht. Oh, du Schillinder. Nein, wir sind in Ordnung. Doch. Herr Orca. Herr Orca. Ja, unser letzter Hoffnung sind die Mediums. Die Media. Also, Yuna. Dann gehen wir mal weiter. In den暖en Zeiten müssen sie sich hierher zu sein. Jetzt sind die暖en Zeiten. Yuna versucht es ja sehr. Wir sollten sie dann helfen. Wenn wir Angst haben, ist sie stärker. Nicht Leid. Keimari, so auch. Schau, lass mich sehen. den sollten wir vielleicht auch ausrüsten Ayuna die einzige ist, die uns hier vor ja, HP verringern sich sie die einzige ist, die die Monster uns vom Stein befreien kann und da werden auch schon die Baselisten komm, du wirst ab da ist auch schon der Perseusblick ja, Perseusblick Gott sei Dank Medica einmal das Stein beheben und ein Feurer oder wisst ihr warte, wir machen mal ein Eisrach oh ja, ein Winterschlosser doch wir haben angegriffen Kimari ok der kann mit Dragonik etwas salieren und zwar Perseus atmen und da ist nur der Perseusblick und Kimari wird versteinert nochmal ein Medica na und vom Stein befallen Problem ist, wenn das ganze Team versteinert ist war das das für uns dann sind wir Game Over deswegen sollten wir auf jeden Fall den Steinwald dann haben für Yuna ja Auren as you wish ich werde die Musik hier echt immer noch ab, die Remastered ich würde keinen Tilos ran holen weil der kurz vor der Ekstase ist ich würde keinen Tilos ran holen weil der kurz vor der Ekstase ist Drop beziehungsweise hat der Ekstase und jetzt heißt es wieder mal Saltolid Drop so muss das falls sollten wir soweit sein, dass wir die neue Ekstase haben ja ich werde aber spätestens äh spätestens nach dem fünften Tempel werde ich mal eine Grinding Session einlegen also da werden wir auf jeden Fall welche bekommen hier kann man momentan Abilities Therrien auch gut farmen und gleich kommen wir zu was richtig fiesen einmal der Mini Raptor weg verteidigen verteidigen der Aramastu weg nur noch der Fongo Ongo ist da aber ihr könnt das Spiel erstmal leider dran lassen ok Maui und jetzt kommt Blue und die Sache ist schon gegessen wer ist eigentlich euer Lieblingscharakter in diesem Spiel also mein keiner ist ich habe ganz ehrlich 3 ok 4 sind es eigentlich Tiedos, Oren, Yuna und Lulu das ist meine Lieblingscharakter ja was ich immer noch genial finde ist ähm diese Folge hier ich bin ja jetzt bei Folge 23 glaube ich also ich bin schon ziemlich weit ein sehr fortgeschrittenes Projekt finde ich und ich nehme das hier immer noch auf zu einem Zeitpunkt wo ähm wo noch das Deponia am Laufen ist wow also Kimagos Schaden ist wirklich beeindruckend das ist ein Eisbring an Schneebring und ich glaube ganz ehrlich ich könnte sogar wirklich noch so weit kommen wenn ich so weitermache woops den wollte ich nicht ich wollte hier das Safe gehen und Kimami halten ja wie gesagt wenn ich so weitermache komme ich echt noch zu einem Pum da ich das Spiel noch durchgespielt habe bevor ich das Projekt nicht released ist so jetzt kann Titus kommen und zack da jetzt nur noch Aron fehlt hat er das dann auch schon erledigt zack ich hoffe das Feinde ist alle dran jawoll so etwas sehr fieses hier ist ein Bettlexikon ich hoffe da ich jetzt nicht welche verpasst meine letzte die wir gefunden haben war Band 8 ein ja das war daneben das war vor uns auch zu sehen ja ok er kann eigentlich verteidigen ja die Kampfversicht finde ich besser als die alte ok Walker einen kannst du davon doch bestimmt entfernen ja Jura einmal hier Captain Walker auf die Höhe bringen gracias Judo fehlt noch Feurer zack fand ich stimmt Kimmari fehlt noch Kimmari fehlt noch wisst ihr was kommen wir mal hier in der Ekstase machen wir mal Flammen aber Kimmari hat echt eine neue ähm eine neue Stimme bekommen gut gemacht gut gemacht hier ist auch noch eine Truhe versteckt mit einem Blindwappen alter wäre das schon das dritte Blindwappen weil wir gegen die Leitsätze verstoßen haben sind alle meine Freunde tot wirklich wahr es war ein großer Fehler uns auf die verbundenen Machina zu verlassen hier als Zeichen meiner Buße das Medium soll es benutzen Einer etter haben oder nicht haben ja der Gaia ist natürlich mal erledigt so so verteidigt es mal Schnuggi und dann holen wir einmal Tidos ran weil dann kann Monster Aoi schon angreifen Luna dann einmal um Diebchen zu heilen und die Maoi wechselt dann mit Paul ein und der Kampf dann auch wieder gegessen das mag ich einfach hier dieses taktische Kämpfen ich liebe dieses von Final Fantasy einfach bei der Küsten-Defensive von Jose letztes Jahr hatten wir viele Tote zu beklagen doch dieses Mal ist das kein Vergleich Stefan hat uns bestraft das habe ich auf dem Schlachtfeld gefunden bitte benutzt es oh ne Mega Potion nicer Dicer also wie viel länger bis Xanarkand noch ein Weg bis zum Götter Götter bis zum Götter bis zum Götter und wir sind da beim Jäven Tempel Jäven hey new guy und ich Ah, stimmt. Did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Maybe even a little now. Just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? Yeah, it's just hard to buy. Oh, what are those for little fish? Oh. Is there a nerve beam or what? Yuna, it is good to see you and your companions are well. Yourself as well, Captain. We were worried. Praise be to Yevon. We escaped with our lives, but our troops were decimated. Of all our Chocobos, only this one made it. We make pretty poor Chocobo mounted forces without Chocobos. We turned our backs on the teachings and cast away our faith. This, this is our just reward. This is our first time. Is that the Jose temple? Awesome! What? The lightning mushroom rock. It only opens when a summoner is addressing the faith. That means another summoner is already in there. Another summoner? What if it's Donna? Oh, God. We have to hurry. Right! In we go! Okay, I would like to run here. I'll make a new run here. The new run here. I'll do a new run here. I'll make a new run here. I'll kill it for now. I should do this for now. The Heiler Riffon. Oh, who have we? We don't even know. Ich bedanke mich, aber ich frage mich an deinen Namen. Ich bin Summoner Yuna aus der Isle of Besaid. Wie dachte ich. Die Frau von Lord Brasca. Du hast den Vater. Mein Vater? Du kennst ihn? Nein. Ich habe nie gesehen den Mann. Ah, meine Entschuldigung. Ich bin Isaru. Ich bin Summoner, wie du. Ich bin Buzzy. Ich bin Buzzy. Und ich bin Morota. Ich stehe meinen großen Bruder hier. Seitdem ich ein Kind habe, habe ich immer auf Lord Brasca gezogen. Ich wünsche, dass ich irgendwann ein High Summoner geworden wäre. Du musst du ein paar von deinem Vater haben in dir. Ich glaube, dass du irgendwann ein paar Mal verletzt kannst. Ich... Ich bin nicht wirklich. Ich bin nur ein Summoner. Nein. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht verlieren kann. Also, vielleicht sollten wir gehen, um zu sehen, wer kann den Sinnen zuerst. Nein? Oh. Sehr gut, dann. Ich accepte deine Herausforderung. Isaru! Juna. Juna. Ich bege, dass du weg bist. Gut Glück zu uns beiden. Ja. Ja. Das können wir dann, haben wir ja das nächste Medium kennengelernt. Das können wir dann. Wir schauen uns aber kurz ein bisschen hier um. Haben wir den Dampferdoklauen. Ein Äther. Ich finde, diese kleinen Äffenidee hier sind. Und hier diese... Oh, hier ist noch ein... Ich finde jetzt hier noch schon die Lämonen. Ein Allheilmittel? Okay. Hier ist auch noch etwas. Und zwar... Oh, ein Mega-Phoenix. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, die heilende Prüfung von Tempel von Jose sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.